Mit Maik habe ich mich schön beleidigt im Spiel, das war in dem Leiterspiel in Karlsruhe, wo wir 4-0 verloren haben und die ganze Saison quasi mit dem Spiel zerstört worden ist, in meiner Augen. Da war Maik Franz auf der anderen Seite und ich weiß noch, wir haben uns schön beleidigt irgendwie gegenseitig und nicht viel später sitzt er auf einmal bei Hertha BSC in der Kabine und ich sage, was machst du denn, du Penner? Und da meinte er, ich bin noch gar nicht so, super netter Typ, auf dem Platz bin ich ein anderer Mensch. Ist er aber auch wirklich, du kennst ihn ja gut. Er ist ein super geiler Typ, also ich kann nur Positives über ihn sagen und wir sind immer noch befreundet.